Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Wir sind im Gulag, wir müssen einen Insassen finden, wir werden aber auch gleich, soweit ich weiß, auf einen alten Bekannten treffen. Sehen Sie etwas Schönes? Schlechte Nachrichten. Ich sehe drei, nein, vier feindliche Trupps, die sich ihrer Position nähern. Ich kann sie kommen hören. Los, wir sind hier zu ungeschützt. Ah, ich weiß nicht, ob die Waffen reichen. Ghost, Tür aufmachen. Verdammt, hier haben Sie total verriegelt. Ich muss einen anderen Weg nehmen. Ah. So spät, Sie sind schon da. Was? Na. So. Wen haben wir da? Da ist noch einer. Okay. Boah, nicht. Es kommen noch mehr Ziele zu Ihnen. Wir werden mehr Decken brauchen. Einsatzschild mitnehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das will. Da lasse ich jetzt eine Waffe liegen, ne? Okay, einerseits ziemlich cool, aber... Oh. Ich habe Spaß. Gehe über den Notstromkreis. Oh. Los, los, los! War da nicht auch noch einer? Oh. Alles klar. Ich würde sagen... Das Feuer auf mich. Sie schalten Sie aus. Ghost, habt Ihr Aktivität. Ziel erledigt. Hab ich? Hat er? Ich weiß es nicht. Patron und Konjuliz. Regie, wir kommen jetzt los. Haben wir hier noch irgend... Oh. Die Ecke. Ziel bei dir auf 10 Uhr. Ne. Ja, warte. Warte doch. Verdammt. Einen hat's vermisst. Roach, mach sie fertig. Viel neutralisiert. Hier ist Ghost. Meiden Sie die unteren Stockwerke und seilen Sie sich durch das Fenster ab. Hier haben wir nichts mehr. Ähm, durchs Fen... Was? Das ist kein Fenster. Das ist kein... Okay. Captain McTavish. Letzte Ebene gesichert. Wir treffen Sie unten. Im Einzelhafsblock funktionieren die Kameras nicht. Der Strom muss dort ausgefallen sein. Roger. Alle auf Nachtsicht umschalten. Äh. Oh, wow. Das bringt... Wow. Wow. Zero. Er bricht aus der Deckung. Die sind einfach... Die sind einfach... Nein. Nein. Die sind einfach... Nein. Jayhawk. Heute am Ende der Halle bei der Zähnkür. Kein freies Schussfeld. Sieger ledig. Ah, verdammt. Die ist leer. Ah, das ist also die Einzelha... Die ist auch leer. Die auch. Sicher. Hä? War da noch einer? Tatsache. Schweinebande. Uuh. Verdammt. Das war gar nicht mal so gut. Das war nicht gut. Shepard, was zur Hölle war das? Die Navy muss das Feuer einstellen. Die Navy ist gerade nicht zum Sprechen aufgelegt. Bereithalten. Ja, super. Mach uns das Leben noch schwerer. Sie haben das Feuer eingestellt. Gehen Sie weiter. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende. Zero! Fall Detection hinter den Hohen. Abziel im Visier. Los, los, los! Ja, ich war doch schon... Das... Was? Leute. Alter. Okay. Einmal nachladen. Ne? Oh, das ist mies. Los, los, los! Der alte Duschraum liegt etwa 10 Meter vor Ihnen, auf der linken Seite. Sie kommen nur durch die Wand rein. Duschraum? Nein. Na, ich weiß genau, wo das endet. Ich weiß haargenau, wo das endet. Leute, können wir? Gefängnisse... Gefängnisse. Gefängnisse und Duschräume. Oh. Ich dachte, hier ist es frei. Oh nein. Hey, wo schießt du hin? Ja. Auf Feinde im Erdstock. Auf ihn. Verkerrlich. Ungeschützter Feind zu Fuß. Ziel erfasst. J-Hot. Ziel auf 12 Uhr. Mann am Boden. Verdammt. Äh, Munition. Irgendwer muss... Hallo? Oh, verdammt. Visier! Angekurt, dass er bei Kiel ist. Schwere Truppen voraus. Nicht frontal angreifen. Schwer vorröpfen und von der Seite treffen. Die Granaten so werfen, dass sie hinter ihnen explodieren. Hm. War hier nicht irgendwo noch... Da. Ziel auf ein Ohr! Ich verfolge ihn. Komm. ich habe verdammt die 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 Fack, 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 la la la. Roach! Noch einer. Ey, Leute. So. Ja, es ist halt ein bisschen Schießbruder hier, aber... Oh, fuck. Meine Fresse. Komm, 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 komm. Und ab, Rainer. Oh, ey. Ghost, wir sind im alten Tunnelsystem unter Weg Richtung Süd-Süd-West. Nee. Okay, folgen Sie weiter dem Tunnel. Äh. Ach so. Wo ist... Ach, da. Ich will hier wechseln, wenn die Schiffe wieder feuern. Weiter. Sie sind fast da. Los, Buhum. Gib Gas. Eigentlich wollte ich die Treppe nehmen, aber... Gut. Treppe. Puh. Wer bin ich schon, dass ich solche Anforderungen stelle? Ich habe zwei Wärmesignaturen. Eine sollte zum Gefangenen 627 gehören. Und die andere kennen wir auch ganz gut. Ey. Hallo, old friend. Soap? Price? Das gehört Ihnen, Sir. Wer ist Soap? Na los! Wir müssen hier weg! Bewegung! Bravo 6! Sie haben die Bombardierung bereits bekommen! Nicht die Wechter! Los! 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 Da ist der Helikopter! Bereit machen zum Springen! Ja. Natürlich. Zurück! Zurück! Wir müssen woanders raus! Könnte vielleicht einer von euch vorrennen? Oho! Das ist deine Sandgasse! 06 hier! Wo sind die Männer? Aus ihr zu mir hoch! Kann sie nicht sehen. Kann sie nicht sehen. Kann sie nicht sehen. Oho! Ohohohoho! Ratschlar! Alles klar! Das riecht nach verbrannten Augenbrauen. Das riecht verdammt nach verbrannten Augenbrauen. Zum Gesundheitsamt. Okay. Kommen Sie mit Ausweisung maximal einem Gepäckstück. Achten Sie auf Ihre Umgebung, bleiben Sie wachsam. Mhm. Wir sind zwar keine Zivilisten, aber ich würde sagen, wir können auch da rein, oder? Wo sind wir? Ähm. Oh. Ist das unser Bunker? Guten Tag, Mr. Baker. Äh, Mr. Stevenson. Und Mr. Lewis. Und natürlich auch Mr. Keaton und Mr. Wegner. Herzlich willkommen, Mr. Macy und... Äh, Matsubara. Mhm, 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 mhm. Läuft. Läuft, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Hier haben wir noch... Rotpunkt ist voll okay. Oh Gott. Wir wurden anscheinend sehr überraschend erwischt. Verdammt. 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 Jetzt haben wir hier. Können wir da rein, da können wir nicht rein, okay. Ein paar Zimmer haben wir noch. Wir rücken vor. Bestätigt. Zwei eins Ende. Zuhö. Huah. 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 Alles klar. Auf geht's. Jungs. Gas, 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 Gas. Ähm. Die Landenzone steht unter Späderbeschut. Weisliche Positionen ausständig machen und angreifen. Sie haben uns gesichtet. Scharfschützen Raketenwerfer und Sphäre-Einheiten. Zwölf Uhr westlich. Hm. Super. Alter. Leute. Auf eigene Verantwortung. Washington D.C. Ja. Äh. Negativ 2-1. Alle verfügbaren Luft-Einheiten sind mit Notfall-Evakuierungen am Automag beschäftigt. Nach Wettung zum Fliegebäude vorrücken und Unterstützung geben. Na das läuft ja. Jetzt sollte ich im Graben bleiben. Alle raus aus der Todeszone. Wir müssen den Evakuierungsflieger zeitverschätzen. Was? Zone? Nein. Das ist nicht so mein Ding. Oh shit. Alter. Gib Gas, Pauli. Overlord 2-1. Wir weichen Odo-Unterstützung nach Westen aus. Verbündete Fahrzeuge vom Brigade-Kampf-Team geben hinter uns Gas. Over. Verstanden. Brigade-Kampf-Team 1 hat bereits einen Panzerbrand für die Kärfeuer angezogen. Over. Was ist das? Ach. Krieglichter. Zielteams gehen an der Nordwestecke des Zielgebäudes in Stellung. Im obersten Stockwerk treffen und feindliche Feuerschutz ausschreiben. Over. Aufpassen. Verbündete Einheiten gehen nach oben rein. Äh. Oh. Ähm. Oh. Hehehe. He. Ja. Hm. Was? Ach, leck mich doch. Natürlich. Komm. So. So. Weiter geht's. Wo müssen wir her? Hierher. Hierher und dann hierher. Brigade-Kampf-Team 1 hat bereits einen Panzerbrand für Kärfeuer abgeschoben. Over. Anker 2-1. Wir Overlord. Zielteams gehen an der Nordwestecke des Zielgebäudes in Stellung. Obersten Stockwerk treffen und feindliche Feuerschutz ausschreiben. Over. Aufpassen. Not. Verbildete Einheiten gehen da oben rein. Verbildete Einheiten gehen da oben rein. Politische Handlung. Aktivieren. Raketenberg. Oh... Ja. Da. Volgen. Alles klar. was für bewegt hat und wirklich doch ich glaube da ganz bestimmt nicht mein gott was für wo was Achta! Au! Wollte ich mich verarschen? Mein Gott! Alles klar, ich würde sagen, wir nehmen jetzt den einmal mit. Einmal hier Munition auffüllen. Leute, wo seid ihr? Jungs! Overlord, hier 2-1. Wir sind drinnen und drücken in die oberen Stockwerke vor. Verstanden. Overlord bestätigt. Ach nee. Ach komm schon. Kontakt bei dir ab 11 Uhr! Ich verfolge ihn! Hm. Okay. Leute, es ist dunkel, ich sehe nicht viel. Ich, äh... Ach komm. Alabi? Komm, warum war immer voll hier? Fuck, wo? Hey, Frando. Du warst der Raketenwerfer, alles klar. Wer ist Alabi? Nein, nur! Oder was ist ein Alabi? Sorry. Feuertorf unter Sperrfeuer in Lektion 1 Alpha. Alles verstanden, 2-1. Leute, ich würde sagen, wir holen uns nochmal eben Muni. Und wir werden dieses wunderhübsche, alte Gebäude in der nächsten Folge einmal weiter einnehmen. Und den Feind weiter zurückschlagen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Und lasst mir ein bisschen Support da. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.